hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge die schlachtung mit letter 1 wir waren das letzte mal stehen bei den toten sümpfen dieses mal ich gucke mal ob da noch irgendwas wäre gehen nach dargoland jetzt können wir auch das machen danach machen wir noch das land und dann gehen wir nach nun und dann halt nach zum schwarzen tor noch aber jetzt machen wir erstmal das hier leveln unsere hellen noch mal dargoland auf dieser ebene war auf einst das letzte bündnis der elben und menschen saurons armee nieder und trieb sie zu den hängen des schicksals berges zurück warum ist das eigentlich immer das letzte battle besiegt alle truppen mardos ums universe verteidigt dieses land okay machen wir das ganze spielchen kann man ja schon glocke das ist unsere stunde jetzt selektieren mal wir werden siegen dieses land ist voller gefahren dieses land ist voller gefahren ja pipi gefahr 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 wir können die wir haben es ist open sage ich immer jawohl es hat euch solche pfeifen wir haben ein lager hier auf er keine ressourcen was soll das das muss der feind sein das ist voller gefahren der feind hält dieses land besetzt aber wenn du jetzt alleine rum leuchtest ist egal wir hobbits müssen zusammenhalten zieht eure waffen elben elben hierher lasst uns ortsjagen der feind in deckung männer ein paar gehöfte wenn wir eigentlich zürme brauchen wir sollten irgendwas machen wir haben ressourcenprobleme tatsächlich krank das ist ja wie die verrecken das ist so geil die kriegen halt wirklich hart aufs maul meine helden werft sie in den abgrund treibt sie zurück wir werden muss immer an diesen lasst keinen am leben die stunde ist gekommen das ist kein politischer wir werden angegriffen auch irgendjemand tot ist die haben das gebiet bereits besetzt zeit für einen imbiss ja komm der feind ist nah der feind ist nah die sterben ne wir jetzt nicht mehr die sind aber auch weil kommen wir das in die alter kommt dann streifen runter zeit für einen imbiss wir sollten irgendwas machen ja 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 ich mache jetzt hier wieder den scheiß dann das und dann der feind hält dieses land junge kommt da was haltet die augen offen komm rein da da geht mal hey lulia was kommt denn da an halleluja ich wüsste das ist das ende alter kommt denn der armee raus ich meine schon da bei meinen bogenschützen die die eigentlich dafür geeignet sind oh die haben türme oha möge dies ein ruhmreicher tag sein ähm was brauche ich stallungen der feind ist hier schlag alarm ich bin verletzt dies ist unsere stunde wir haben mary verloren heiz im haul treibt diese absteunlichen bestien zurück wir werden angegriffen wir bekommen gerade feuer einstellen hat auch small bestraft alle feinde roharts haltet die augen offen unser land möge dies ein ruhmreicher tag sein woher ich klein machen schließt alter schwede das ist krank sie haben angegriffen menschen der feind in der seit seit elben gönnt ihnen keine rast um einfach zu rennen macht keinen lärm der du bist geil wir kommen zu spät sie haben das gebiet bereits besetzt das ist krass an eure bürgen land volk haltet sie von uns fern ich will jetzt einfach nur opfern weil damit ich die bessere machen kann wir werden sie haben entdeckung männer schneller genau und bei verpüßel sie reifen an nein rennt nach oben scheiße ich wollte dass sie dann nach oben rennen an eure bürgen land volk haltet nach dem feind ausschau ach du scheiße macht euch kampfbereit sie greifen das lager an sobald dann kann ich meine der feind in deckung männer oha ihr könnt auch tatsächlich angreifen ganz normal angreifen wir haben den schießstand verbessert und wenn sie es sogar schaffen wir können keine weiteren einheiten befehligen gleich schaffbar freisassen könnte darüber ähm die mache ich die mache ich einfach durchgehend zack der feind ist hier schlag alarm so bleibt wachsam elbenkrieger alles klar der feind ist hier schlag alarm zieht eure waffen elben ich brauche in der rüschkammer das habe ich vergessen sorry dass ich gerade ähm so still bin der feind in deckung männer aber ich finde es gerade übertrieben hat ich habe mal hier jetzt rein es ist gerade doch nicht so durchbohrt sie mit euren speeren ha der feind ist unter uns zeit für einen imbiss zieht eure waffen die feind ist hier schlag alarm rüstkammer genau ja Ok, ok. Was ist das? Was ist das? Oh, hier lebt! Sie greifen das Lager an! Wieso könnte ich so hart... Ach so lol, die haben es sogar geschafft! Ich meine, es geht auf jeden Fall. Wir haben ein neues Gehirn. Reiter, Dein, aus! Wir müssen diesen Übel trotten. Menschen der Rittermarkt! Sie haben angegriffen! Aber es ist ja unten so viel los eigentlich. Bestraft alle Feinde Rohatz! Zurück! Zurück! Spannt eure Böden! Bleibt wachsam! Sammeln! Der Feind ist hier! Schlagt Alarm! Ich muss gerade echt hustlen, dass ich... Nicht irgendwas verkacken... Mögen Sie hier verfallen! Wir werden angegriffen! Wir haben ein neues Gehirn. So haben die dann... Die haben dann Vorporschen, ne? Reiter, Dein Mann! Da ist safe und vor... Da ist safe und vorporschen. Das ist das Lager des Feindes! Das Gehöft ist fertig! Unsere Festung wird angegriffen! Der Feind ist unter uns, Männer! Ja, ist da... Wir haben das Lager des Feindes gefunden! Mögen Sie hier verfaulen! Wir haben sie niedergeraufen! Bleibt wachsam! Sie haben angegriffen! Unsere Festung wird angegriffen! Holt eure Waffen! Holt eure Waffen! Wir können nicht noch mehr Soldaten... Macht euch Kank bereit! Beeilen wir uns! Haltet die Augen offen! Wir Hobbits müssen zusammenhalten! Der ist auch da! Schneller! Reiter, Dein Mann! Da sind sie! Der produziert das so viele... Wir werden angegriffen! Wir schützen unsere Heimat! Zieht eure Waffen, Elben! Die schwere Rüstung ist fertig! Ach Leute, da habe ich ja... Oh Gott! Ah ja, ich wollte es auch nicht mehr... Hm... Okay... Wir haben ein neues Gehofft! Hm... Okay... Haltet die Augen offen! That means... Wir haben jetzt alles gemacht! Das Gehofft ist fertig! Ja guck mal, die kommen jetzt hier mit Rollen... So ein Scheiß... Also das ist jetzt nicht mehr so eine Larifari, also... Das Gehofft ist fertig! Ich verstehe, was ich meine... Die Schmiede und Klingen sind fertig! Das Gehofft ist fertig! Rohan darf nicht fallen! Reitet! Oder? Wir reiten zusammen! Führt die Pferde hierher! Die können ja verrecken! Der Feind ist unter uns, Männer! Ha! Haltet nach dem Feind Ausschau! Schlagt Alarm! Männer Rohans! Wir müssen unser Land verteidigen! Ich wüsste, das ist das Ende! Digga! Also, was du machst... Ist mir unbegreiflich! Das neue Upgrade ist bereit! Menschen der Rittermarkt! Wir reiten! Bestraft alle Pferde Rohans! Sie haben Hand gegriffen! Mann! Haltet nach dem Feind Ausschau! Ach, die können nicht mehr... Ich trage das Banner Rohans! Bleibt wachsam! Eilt euch! Bleibt wachsam, Elben! Ha! Wo ist die denn? Also, wo ist die? Hä? Habe ich dich da hingeschickt, oder was? Sie sind keine Gegner! Angriff abbrechen! Bleibt zusammen, Männer! Zurück, Dämon! Weg, ihr Menschen der Rittermarkt! Holt eure Waffen! Zurück! Auf, auf! Ich bin bereit! Oh oh! Wir werden angegriffen! Weiter, weiter! Gönnt ihnen keine Ratschen der Rittermarkt! Vorwärts! Wir Hobbits müssen zusammenhalten! Junger, junger Vater, ey! Dies ist unsere Stunde! Mögen Sie nie haben den Schießstand verbessert! In Ihre Flanke! Angriff abbrechen! Wir sind hier, um Mittelerde zu schützen! Haltet die Augen offen! In der Hoffnung, dass Sie sterben! Werden wir uns! Haltet die Augen offen! Wir werden angegriffen! Rückzug! Die gehen dahin! Okidoki! Unsere Armee kann nicht noch mehr Truppen versorgen! Die Dunkelheit verschlingt in mir! Der Feind hat ihn gefällt! Ey, das kann nicht sein, dass meine Helden alle verrecken! Wir haben ein neues Gehirn! Ich bin bereit! Wir holen einfach... Ich sage das Bannerohans! Wir werden siegen! Leute, dahin! Treibt sie zurück! Komm, dies wird... Sterbt! Sterbt einfach! Haltet die Augen offen! Wir müssen die Wälder schützen! Wir müssen die Wälder schützen! Ich werde nicht im Lager warten! Ich werde kämpfen! Schnell, Helden der Wälder! Du wirst im Lager warten, tatsächlich! Du wirst im Lager warten, weil du sonst einfach stirbst! Kind! Sehr schön, diesen Tod! Genau! Bei Bogenschützen sind, glaube ich, sehr gut! Ich trage das Banner Rohans! Elbenkrieger! Haltet das Gleichgewicht! Ich glaube, dort ist der Feind! Wir haben unsere volle Truppen! Wir müssen die Wälder schützen! Ey, Junge, wie die rumschreien da alle! Bereit! Wie der Wind! Wie der Wind! Ja, genau! Heilt euch! Haltet nach dem Feind Ausschau! Die machen das schon... Seid bereit, Elben! Elben, hierher! Wir haben sie nie... Wir haben sie nie... Ein zusammen! Ey, spielt das Spiel zu seit 20 Minuten, all! Ich trage das Banner Rohans! Aber Ressourcen ist echt kein Problem mit dem Game! Wir schützen unsere Heimat! Tatsächlich! Wir müssen das Übel aus unserem Land jagen! Das Main-Problem ist, dass seine Helden die ganze Zeit sterben! Wir haben das Lager des Feindes gefunden! Wie so Idioten! Ach, das sind doch welche... Ach mal, das ist doch was! Das ist doch was! Unsere Festung wird angegriffen! Wir haben ein neues Gehöft! Da links oben waren wir noch nicht mal! Ich fürchte weder Tod noch Schmerz! Mein Pferd wird mich krass! Okay, ähm... Bleibt wachsam! Ach, stark! Jungs! Könnt ihr den nicht tot machen, bitte? Der Feind ist unter uns Männer! Hier entlang! Rasch! Lasst eure Bögen singen! Unsere Festung wird uns in der Grip! Wir müssen die Wälder schützen! Zieht euch zurück! Mann, 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 Mann! Gut, die machen das da abgeputzt! Ey, das ist ein Vorposten! Loll! Loll! Haltet dich auf! Wir haben ein neues Gehöft! Die Herrschau soll beginnen! Müssen wir nicht untergehen! Treibt diese abscheulichen Bestien zurück! Zieht euch zurück! Wir haben hier auf diesem Mann verjagt! Sie sind keine Gegner! Zieht eure Waffen, Elben! Hier entlang! Wir müssen unser Land verteidigen! Chavua, ein Witz, ey! Wir greifen an! Bleibt wachsam, Elben! Kommt die jetzt her? Ok, ok, ok! Wir haben ein neues Gehöft! Wir haben ein neues Gehöft! Das Gehöft ist fertig! Wir müssen unser Land verteidigen! Wenn es scheinen muss! Los! Unsere Kussen werden angegriffen! So! Jetzt noch links klären! Ey, der Part geht... Da wird echt eine halbe Stunde gehen, Alter! Da gab es auch viele Lager! Wir müssen keine weiteren Einheiten befehligen! So sieben Lager oder so! Rohan darf nicht untergehen! Wir werden siegen! Das ist insane! Da muss ich echt mal sagen, das war... Wir müssen diesen Hübel trotzen! Etwas! Also wirklich etwas, so Betonung schwieriger! Weil, okay, so hart schwierig war es halt nicht! Aber... Ich habe Verluste erlitten! Das sagen wir mal so! Ey, du kutschst mich so an! Das Gehöft ist fertig! Wir dürfen nicht zählen! Das Gehöft ist fertig! Wir haben ein neues Gehöft! Haltet die Augen offen! Ich bin bereit! Bleibt wachsam! Sie greifen an! Zur Festung! Elbenkrieger! Ich trage das Banner Rohans! Möge dies ihr Ende sein! Weiter, weiter! Sie greifen das Lager an! Für Herr und Land! Schaut euch um mich! Ich sehe schon... Die sterben schon schon noch! Ich tue die jetzt lieber wieder zurück! Ich weiß nicht, warum der jetzt noch steht, aber... Bleibt wachsam! Im Wald werden sie uns nicht sehen! Hier entlang! Soll mal rechts sein! Elben, hierher! Scheiße, ey! Eilt euch! Jetzt sind 200.000 Rohstoffe, ne? Schnell, Elben, in der Wälder! Krass, ey! Wir müssen die Wälder schützen! Wir haben das Lager des Seinses gefunden! Wir haben das Lager des Seinses gefunden! Zu den Bäumen! Im Wald sind wir geschützt! Ja, ja, ja! Bleibt wachsam, Elben! Gönnt ihnen keine Rast! Bewegt euch! Wir müssen die Welt schützen! Wir müssen die Welt schützen! Rohan darf nicht untergehen! Wir haben mein neues Gehöft! Das ist Gehöft! Das ist Gehöft! Das ist Gehöft! Wir haben mein neues Gehöft! Wir haben mein neues Gehöft! Das ist Gehöft! Wir schützen unsere Heimat! Hier entlang! Der Feind ist hier! Schlagt Alarm! Zu den Bäumen! Mann, 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 Mann! Wir sind ein Troll, oder was? als ob der meine wo kommen die drolle denn her der haut der haut meine punkte meine neue wir müssen die wälder schützen schnell elfen der wälder bleiben dastehen gefällig ich glaube das letzte land die schlacht wartet ich hoffe es zumindest sehr wir müssen unser land verteidigen wir dürfen nicht genau diese aufräumarbeit kann man hier schon machen mit den helden da ist wirklich ein vorposten der frech genug ist einfach da zu meiner bleibt wachsam zurück mutig voran gönnt ihnen keine rast haltet ein wir werden uns immer anscheinend ist es nicht ist da der feind ist nah wir müssen die wälder schützen unsere feinde haben das land besetzt alles klar die kloppen sich da haut wir haben ein neues gehöft wir haben ein neues gehöft ja da kommt die drolle da kommen die drolle bitte stirb einfach nicht das wäre mir recht gönnt ihnen keine rast ich sehe die dunkelheit nein tu schon nicht hier entlang bleib zusammen Männer ach egal egal ist okay meine herren ich hoffe ja genau muss ich mal denken ich habe zehn stück rekortiert und jetzt sind also im voraus und jetzt habe ich einfach noch zwei gehabt alter part ging eine halbe stunde lol krank oh mein gott 20 einheiten sind aufgestiegen das müsst ihr euch mal denken bei einer nebenmission würde ich mal so sagen dargoland krass ne mehr ist schon mal gestorben ich habe gedacht ne erstmals ausgebildet also ja doch ja gut siegte gegner vier ach so okay naja dargoland genommen ehre genimmt sauron überzieht ganz mittelerde mit krieg alles klar wenn ihn niemand aufhält versinken alle freien länder in der dunkelheit alles klar ja gut das war es dann wieder mit dem part ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr anlasst gerne eine bewertung da und wir sehen uns beim nächsten mal bis dann haut rein bis dann 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 Vielen Dank.